Dass ich mich jetzt auf Instagram gezeigt habe. So Leute, da sind wir in der Runde QSG. Und Leute, heute hätte ich ein Thema am Start. Und zwar Leute, wäre das Thema, dass ich mich jetzt auf Instagram gezeigt habe. Ihr könnt gerne mal Instagram abchecken und mir dort folgen. Da poste ich einfach mal so random stuff, was ich gerade so Bock habe. Wenn ihr ein Problem habt damit, wie ich aussehe, dann könnt ihr mich gerne deabonnieren. Da es mich nicht wirklich juckt, ob mich jetzt irgendwer hässlich oder nicht hässlich findet. Der juckt mich nicht wirklich. So Leute, dann spiele ich einfach die Runde QSG noch fertig und hänge dann vielleicht noch eine zweite Runde dran. Ich wollte mich einfach auch noch bedanken für die Resonanz beim letzten Video. Sex Carpeak wurde schon über 1000 Mal gedownloadet. Dafür wollte ich mich einfach nochmal bedanken. Da dürfte es nicht allzu gut sein. Da dürfte es nicht allzu gut sein. Da dürfte es nicht allzu gut sein. So Leute, da sind wir in der zweiten Runde. Ich weiß zwar gerade nicht, was das gerade war, aber... Naja, ich glaube meine A-Taste hat irgendwie gespackt und dann bin ich irgendwie nach links gelaufen. So, wir haben einen richtig guten Stuff. Wir können den eigentlich holen. Nice. Kommt noch wer. Haben wir auch. Nice. By the way Leute, werde ich jetzt vielleicht in Zukunft nur mehr zwei Videos die Woche bringen. Weil wir einfach im Moment das Aufnehmen nicht wirklich Bock machen. Das hört ihr wirklich nicht auch an meiner Motivation gerade. Dass ich nicht wirklich so Bock habe, ein Video aufzunehmen. Natürlich macht es immer noch Spaß, ein Video aufzunehmen. Ist natürlich klar. So, egal, da der Typ jetzt irgendwie ein bisschen gesweatet hat, müssen wir im DM den Typen töten. Und er gebt auch noch rein. Aber wir müssen ihn eigentlich trotzdem bekommen. Und dann haben wir ihn. Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der dritten Runde. So, Leute, da sind wir auf der dritten Runde, glaube ich. Hyrus ist auch einer von meinen Lieblingsmaps. So, den Gegner würde ich mir gerne da vorne holen. So, von hinten können wir da ins Backsteppen. Ich glaube, ich habe das zwar schon angesprochen, aber Leute, es werden jetzt wahrscheinlich nur jede Woche zwei Videos kommen. Das heißt wahrscheinlich ein QSG-Video und ein anderes Video. Mal schauen, was ich da so machen kann. Skywars oder noch was anderes. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, Leute, es kommen schon noch Videos. Aber halt nicht mehr so viele wie vor einem Monat. Da habe ich natürlich fast jeden zweiten Tag ein Video gemacht. So, der Typ fuckt enorm ab. Mit dem Bogen, mit der Rod, alles. Will ich jetzt gerne töten, weil mich der Typ so auf den Sack geht. Und warum gehen alle auf mich? So, Leute, da sind wir im Deathmatch gegen zwei andere Leute. So, ich glaube, der will jetzt fighten. Ja, will er. Okay. Warum geht der auf mich? Ich verstehe es nicht. So, der müsste eigentlich low sein. Kommen wir den? Wir haben den ganz knapp und ich will gerne den Staff haben. Aber ich denke, dass wir den eigentlich bekommen müssten. Und dann fighten wir ihn auch. Ah, der ist ein bisschen komisch. Aber wir können ihn kombonen. Und dann haben wir ihn auch. Leute, dann würde ich sagen, das war es einfach mit der Runde Kursge, oder mit dem Runden Kursge, Leute. Dann würde ich sagen, lasst gerne eine Positätung da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ich auch bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir ihn auch. Also müssen wir den Tag noch etwas wegschuldigen. Wasm von normal Und dann alles. dann würde ich mich auf lifecycle секksom hochうん高, dann könnten uns das Video gefallen hat, dann gehen auf ein bisschen besser. Ich hoffe das Video gefallen.